Es ist vermutlich ein bisschen schneller hier. Sachen müssen schneller gemacht werden. Es ist schwierig zu sagen. Ich habe meine Schule dort gemacht und bin dann da nebengekommen, um meine Bildung zu spezialisieren. Es war schwierig in der Schweiz eine spezielle Bildung zu bekommen, die besonders in Computer Graphics eine meiner richtigen Bildung gibt. Also von dort her, die Sachen, die ich zum Beispiel in der Schweiz gesehen habe, sind nicht im gleichen Standard wie in Amerika. Da wird Anthropedia schon die führende Firma in Bezug auf Perfektion und wirklich die top-of-the-art Computer Graphics für Commercials. Du hast wahrscheinlich aber auch weniger Urlaub hier, oder? Ja, das ist wirklich wahr. Weniger Urlaub hast du? Man fängt an mit zwei Wochen. Das ist verdammt kurz. Ich muss schon sagen, das ist der Schmerz, wenn ich weiß, wie in der Schweiz meine Kollegen von der Schule natürlich viel weniger Stunden arbeiten. Aber dafür ist die Arbeit, ich glaube, die Arbeit, die Art ist weniger streng. Also ich glaube, es ist schon nicht vergleichbar. Man kann sagen, ich habe weniger Ferien, aber dafür arbeite ich nicht konstant rund um die Uhr von morgens um acht bis abends um fünf oder was auch immer. Sondern es ist ein bisschen mehr relaxed. Dankeschön! 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 schön! Dankeschön!